Hallo Freunde, willkommen auf meinem Kanal. Die Temperatur ist minus drei Grad. Es hat in der Nacht etwas geschneit. Etwa zwei bis drei Zentimeter Schnee liegt auf den Pisten. Wir sind jetzt die Piste von der Schlägelkopfbahn runtergefahren zum Warmfahren und jetzt gehen wir mal ein bisschen härter an die Dinge ran. Auf in den Funpark. Jetzt machen wir ernst. Es sollte sich niemand wundern, dass wir jetzt schon in einer Kneipe sitzen. Wir sind zwar erst zweimal abgefahren, aber wir haben bereits vor 8 Uhr gefühstückt. Also Zweitfrühstück ist fällig. Unser Zweitfrühstück ist gekommen. Zwei Rater. Prost. Die sind jetzt auf der 210. Gleich unten. Die sind von ganz oben runtergekommen. Die 200 und von dort die 210. Wir fahren jetzt mit der Schlosskopfbahn nach oben, nachdem wir die 210 bis ganz da unten abgefahren sind. Da sind wir dann mit der Kriegerhornbahn hochgefahren, aber oben eine Windlast. Das ist unglaublich. Der Wind war so stark, man konnte nicht mal unterscheiden. Wo fängt der Himmel an? Wo hört die Piste auf? Jedenfalls sind wir die 200 und dann die 210 runtergefahren. Ja, nehmen wir mal die 212. Wir sind jetzt unten an der Talstation Schlossköpfe. Fahren jetzt die Schlosskopfbahn wieder hoch und dann die 200 rüber in Richtung Schlegelkopf. Wir sind jetzt hier im Ilka Hotel und haben sehr gut gegessen und haben uns auch gut unterhalten mit zwei Holländern, die tatsächlich auch aus Holland kommen und nicht nur in dieser Lande. Zuvor war das Wetter echt mies geworden und deswegen haben wir beschlossen, jetzt hier eine größere Mittagspause zu machen. Jetzt werden wir dann wieder raus gehen und mal schauen, ob es jetzt besser geworden ist. Ja, in diesem Hotel haben wir schön gegessen. War angenehm. Und jetzt müssen wir langsam mal daran denken, die 200, die Piste 200 zu bekommen. Jetzt sind wir hier an der Bergbahn Oberlech, Petersbotenbahn. Da schauen wir mal, wo hier die Piste 200 ist. Nach der Mittagspause sind wir die 200 runtergefahren nach Lech und jetzt werden wir abschneiden und zum Bus gehen. Weil Wetter ist, Sicht ist schlecht, es schneit und macht nicht Spaß.